Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Faktorio, wo wir auf dem besten Weg zu unserer Rakete oder zum Raketenstart sind. Die ist hier unten, glaube ich. Ja, da ist das Raketensilo. So, 15% es mangelt ein bisschen an den Raketentreibstoff. Müssen wir noch was forschen? Nein, wir haben nur noch unendlich Forschung. Das heißt, alles was wir jetzt noch erreichen müssen, ist der Raketenstart mit einem Satellit. Und dann sind wir am Ende von dieser Serie. Und ihr könnt euch schon mal überlegen, was wir in der nächsten Serie machen sollen. Ich denke, Mods definitiv. Ich habe mich aber noch nicht entschieden, welche. Ja, brauchen wir den Satellit. Und wir brauchen einen. Okay, da fehlen uns noch ein paar Zutaten. Und Solarzellen. Aber das sollte ja kein Problem sein. Wie gesagt, nächste Serie wird mit Mods sein. Und ich möchte nicht gleich mit den komplexesten einsteigen. So, dass wir ein paar Serien machen können, wo die Komplexität sich langsam steigert. Und wir letztendlich ein tolles und unterhaltsames Gameplay haben. Wie sieht es hier oben aus? Wir haben nicht ein volles Band an den roten Schrankkreisen. Und natürlich bei den blauen, aber das sehr. Hier oben, da produzieren wir genügend, sodass sich das bereits auf den Förderband staut. Und das heißt, das ist dann definitiv nicht das Bottleneck, das wir hier unten haben. Hier sehen wir, von den Steuereinheiten haben wir einiges drin. Von den Leichtbauteilen haben wir nur Raketenbrennstoff. Da kommt zu wenig ran. Aber, wie leicht schaffen wir das bis Ende von dieser Folge. Dass wir das auch noch ran bringen. Würde vielleicht helfen, hier auch die vierte Maschine mit dem Festbrennstoff zu versorgen. Dann produzieren wir etwas mehr. Wir haben Leichtöl anlegen. Wie sieht es mit dem Rohöl aus? Ja, nicht besonders gut. Wir haben hier ein zusätzliches Feld angeschlossen. Wir haben hier ein zusätzliches Feld angeschlossen. Gut, dann haben wir diese beiden. Hier unten haben wir auch noch ein bisschen. Wenn ich mir etwas Stahl besorge, dann kann ich vielleicht die beiden Ölfelder da unten auch mit anschließen. Ich glaube, ich brauche hinten nur einen Förderer. Denn einer steht schon. Abgesehen von Stahl funktioniert unsere Schmelze so weit auch so gut, dass wir volle Bänder rausbekommen. Und bei Stahl sind wir einfach zu langsam. So. Machen wir das so. Vielleicht noch eine Pumpe. Und dann ziehen wir das hier rüber, wo wir ja den Bahnhof haben. Hier runter. Und da ums Eck. Sehr gut. Vielleicht hilft das ein klein wenig, dass wir da beim Rohöl nicht ganz so knapp sind. Brauchen wir nicht mehr. Und eigentlich wollte ich hier irgendwann auch mal die Forschung umbauen. Aber wir haben aufgeforscht, bevor es überhaupt so weit gekommen ist. Und dann, wie weit sind wir hier? 21 Prozent. Ja, da fehlt noch etwas. Und ich denke nicht, dass wir das bis Ende von dieser Folge schaffen. Wie schaut es denn hier oben mit dem Satellit aus? Ja, da fehlen auch die Bestbrenn... Die, die hier der Raketentreibstoffe, 50 brauchen wir. Und von denen, die werden gerade produziert. Okay, definitiv nicht so viel. Nur eine Verschwendung von Ressourcen. Hier hätten wir sogar eine Maschine, welche uns die Förderer herstellt. Die haben wir hier oben. Ja, Batterien und die Elektromotoren brauchen wir gar nicht mehr. Das heißt, wir können eigentlich hier abklemmen. Brauche ich nicht. Die Pistole brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Die Pistole brauche ich nicht. Die brauche ich definitiv auch nicht mehr. Ich habe ein Auto zu viel einstecken. Also, ich habe ein Auto einstecken. Und eigentlich sollten beide irgendwo rumstehen. Das eine steht hier oben. Das heißt, das Auto südlichen Abenteuer habe ich hier drin. Hier sehen wir Stahl. Die letzten paar Schmelzen. Da kommt gar kein Eisen mehr an. Weil wir hier vorne etwas Geschwindigkeit drin haben. Ist das nicht ganz gleichmässig aus aufgeteilt. Wieso haben wir zu wenig Strom? Was läuft da schief? sind die erst wieder angelaufen? Okay. Vielleicht müssen wir hier 50.000 machen. sicher sind, dass wir keinen Versorgungsengpass erleiden. Nun sind wir wieder im grünen Bereich. Aber wir sehen hier da hatten wir einen Knick und dann mussten die anderen Maschinen einspringen und das haben, sie haben es nicht geschafft, unseren Bedarf zu decken. Aber so weit, so gut. So weit, so gut. Wenn wir hier rumschauen, die nächsten Ölfelder sind hier unten etwas weit entfernt von unserer Mauer. Darum denke ich, werden wir einfach ein bisschen auf Zeit spielen, bis wir die nötigen Raketen, Treibstoffeinheiten zusammen haben, sodass unsere Rakete startklar ist. Da das ein bisschen Zeit beanspruchen könnte, denke ich, mache hier einen Schnitt und dann schaffen wir es, wenn die Rakete startklar wird. Und alles in dieser, in dem Fall, letzten Folge für diese Serie von Factorio. Mir ist auch noch eingefallen, dass wir hier Produktivitätsmodule einreinlegen können und das spart doch einiges an Materialien. In der Zwischenzeit sind auch die Leichtbauteile knapp geworden, weil die werden ja auch für die gelben Fläschchen benötigt. Aber da habe ich die Produktion abgeklemmt, denn wir brauchen ja keine Forschung mehr. Und nun, die Rakete ist fertig, der Satellit wird reingepackt und dann starten wir das Teil. Und ich denke, mit den Fabriken da oben, das funktioniert nicht mit Rennen. Und ich glaube, ich bin auch zu langsam. Ja, die Rakete ist schneller. Und da haben wir das Spieldauer 44 Stunden. Das ist etwas mehr, als ich gehofft habe. Wie oft bin ich gestorben? Steht das auch irgendwo hier drin? Nein. Okay. So, Leute, das war's von Lisa ersten Serie Factorio. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie am Anfang erwähnt, macht euch Gedanken, was ihr sehen wollt in der zweiten Serie. Welche Mods, welche Spielart. Und dann werden wir bald, nicht unmittelbar, aber bald, mit der zweiten Serie beginnen. Also, bis dann. Und tschüss.